Hallo, ich bin die Susanne vom Verein Mafalda. Wir sind ein Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen und wir sind für alle Mädchen zwischen 12 und 25 da. Wir sind immer Mittwochs von 14 bis 16 Uhr im Logo und informieren sich zu den Themen Schule, Beruf und Ausbildung, wenn du mit uns gemeinsam deinen Lebensweg planen möchtest. Und wir beraten dich auch, wenn du Schwierigkeiten in der Familie hast mit Freunden oder Freundinnen oder in der Beziehung und auch, wenn du Erfahrungen mit Gewalt hast. Wir freuen uns auf dich.